Und da sind wir wieder zurück, mit dem kleinen Scheißer hier. Das können wir nur noch 13 Minuten aufnehmen. Ja. Ich habe nichts gemacht, ich bin einfach nur rausgefallen. Dann kann ich einfach so rausfallen. Ich habe nichts gemacht, hast du ja gerade gesehen. Du hast aber Tasten gedrückt. Ja, ich höre ein Portal schießen gerade. Das wird schon nichts mehr. Ach man, ich will nicht wieder rein. Nein. So. Ja, komm. Ja, komm. Oh! Ich rege überhaupt nicht auf hier. Wie war das mit Freitag der 13. Das hat gar nichts mit Freitag der 13. zu tun. Nö, nur dass du mehr Glück da hast als sonst. Das muss aber nicht grundlegend sein. Ach, leck mich. Und sowieso eine Person, die sehr viel Pech hat. Scheiben dir manchmal so. Wird das nicht? Ja, warum schießt du nicht? Bei deines Scheibes? Ich habe geschossen. Der Strudel war weg. Bei dem, wo ich jetzt war. Aber er taucht nirgendwo auf. Er wäre eigentlich genau unter uns aufgetaucht. Hast du tief genug geschossen? Ich will nicht wieder in Strohbefein. Ich will nicht wieder in Strohbefein. So, jetzt schminkt er natürlich wieder hinter mir. Du rickst mich gar nicht darauf hin. So, ich verschiebe den Kalentinen. Oh, ich stehe auf dem Ding. Ja, mach. So, jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Jetzt guck ich mich gerade gar nicht an. So, er hat es geschafft, nur ich nicht. Fick dich, du kleines dreckiges Mistding. Na, hast du gut überlebt? Hast du mich gerettet? DLG oder mit? Ich muss nur noch ein Zeichen haben. So, du bleibst da sitzen. Na, ich renne nicht an dir vorbei. Na, du kommst mit! Nein! Aber es wärs fast gewesen. Das wird heute nix mehr. Wir sind hier schon fünf Minuten am rumturnen. Und dann noch mal circa zehn Minuten davor. Oh, du weißt doch, wie es geht? Ja, helfen tut mir das trotzdem nix. Weil ich weiß, wie das geht. Das hast du ja auch bei dem Turm gesehen, wo wir da fick dich waren. Wie oft ich da rumgesprungen bin und abgestürzte. Turm? Ach so, nein. Mit dem Aufzug. Mach mal weg, mich! Aufzug? Wo man da schräg auf diesen scheiß Aufzug springen musste. Ach so. Und dann so höher kommen musste. Ja, ja. Ich weiß schon. Unser Nuss knacken. Ja. Oh Mann, leck mich! Oh, wir sind schon wieder zu weit! Weil ich dich verdammtes Drecksding gerettet habe. So, los! Ich will jetzt mich eigentlich verarschen. Ich kann nicht mehr so richtig in den Tod springen, kann ich. Wie ist das wirklich? Ich stehe hier auf der Kante! Ich kann nicht mehr so richtig in den Tod springen! Wo ist der Würfel? Da! Stell dich unter ihn! Und dann mach hier, da wär Strudeln! Das war jetzt dumm! Das war der falsche! Auf Wiedersehen! Rette dich wenigstens nach! Kannst du jetzt nicht mehr! Doch, kannst du! Na? Bin ich Entertainment genug? Doch! Du kannst einen ewigen Kreislauf machen! Ich sag ja, das wird heute nix mehr! Egal, du weißt hauptsächlich, wie es funktioniert! Ja, Nutzen tut mir das trotzdem nix! Doch! Ist besser, als wenn du planlos irgendwas machst! Ja, planlos irgendwas machen, da komm ich aber schneller mit als... Sehen wir ja! Weil ich weiß, was ich machen muss! Ja, jetzt weiß ich ja, was ich machen muss! Ich hab grad Bock aufs Ding! Was denn? Nein! Gibt's aber heute nicht! Ich weiß! Wir haben uns schon für was anderes entschieden! Ja! Du bleibst vor mir! Vor mir, sagte ich! Bist doch vor dir! Oh! Ich bin zu hoch! Schön seh ich mir deine Unterseite an! Ja! Kann nicht jeder tragen, nicht? Ne! Dann mach jetzt da unten wieder ein Portal hin! Guck mal! Ich halte dich in den Tod! Gefällt dir das? Mach da unten jetzt genau! Und weiter geht's! Wir machen heute ne ewige Hundreise! Saja, das wird heute nix mehr! Hallo? Nicht so gerne auf der Seite! Luke! Wir spielen den Futter! Hat sich's immer wieder aufgehangen! Ist jetzt grundsätzlich bei 30 Prozent! Diese Scheiße! So was bist du denn bei mir nämlich auch! Ähm! Hallo? Da bist du! Nein! So! Kommt's mit! Ich bin schon wieder zu hoch! Und spring wieder raus! Das wird heute nichts mehr! Was erzählst du jetzt mal? Wir werden jetzt gleich schon 10 Minuten! Ja! Ich kann die Folge löschen! Du darfst ab! Halt die Schnauze da drüber! Halt die Schnauze da drüber! Halt die Schnauze da drüber! Warte! Wir machen's ganz einfach! Du kommst mit! Auf Wiedersehen! Und wir beenden die Folge! Und wir nehmen her zuhoher an. Ich bin ja so Food ge welcome. Wir kommen noch für unsere nella Woche!